Das sind die bretonischen Zwergschafe und man kann auch sehr gut mit ihnen spielen. Besonders wenn man eines einfangen will, dann kann man da hinterherlaufen und das ist dann wie Abfangenspielen eigentlich. Nur eben, dass die Schafe nicht einen fangen. Fangen dich die Schafe auch manchmal? Nein. Du bist immer schnell genug? Ja. Warum fängst du sie denn ein? Naja, so zum Kuscheln, aber auch so, wenn jetzt mal eines verletzt ist oder so, muss man es auch einfangen. Willst du euch streicheln? Ja, 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 ja. Super, geschafft!